Jo, Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Pascal Anstatt. Und ja, ich habe... Ich habe jetzt die Verlosung gestartet an all meine Abonnenten. Eine 10 Euro PSN-Karte geschenkt. War alter. Jetzt warte mal, ich nehme mal mein Stativ. So. Und Freunde, ähm, ja, ich habe was anzuknicken. Das wird jetzt eine Minute gehen, das Video. Mindestens eine Minute. Also, und ja, und zwar, ich habe hier einen Freund, der heißt IdiotenTV. Und der ist nämlich auch YouTuber. Wäre nett, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Ja. Okay, Leute, aber kommt was anderes. Und zwar, ich habe mit meinen Freunden geredet. Die wollen ja auch immer mit mir YouTube machen. Ich sag ja nein, die anderen wollen ja auch immer alle, keine Ahnung, weil die nur mich als YouTuber kennen. Also sehen, in echt. Und das, ja, nervt mich auch ein bisschen. Also wenn ihr eine, wenn ihr eine, wer, wenn das erste Kommentar, das, da verlose ich eine 10 Euro PSN-Karte. Nochmal. So, auch wenn es ein Abonnent ist, auch wenn es kein Abonnent ist. Einfach, Hashtag, hm, was soll ich denn machen? Hashtag PSN in die Kommentare. Und der erste Kommentar, der, an dem verlose ich das jetzt, die Karte. Und, ja, ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau, tschau. Hey, du, ja, du, du kannst mich gerne abonnieren. Dann gehört auch ein Teil zu der Lix-Army.